Vorgeplänkel. Was haben die Fünde im Schilde? Achso, kann ich nicht mehr. Rennen kann ich jetzt noch nicht? Oh, was ist mit dem los? Ein bisschen zu viel gezwitschert. Oh, Schüttel. Das haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Der nächste Phase? Aber was ist die nächste Phase? Das ist die Frage. So, wow. Viel Müll. Oh oh. Oh oh. Im Schatten. Einen anderen Weg in die Ausgrabungsstätte finden. Okay. Einsatz sind Wegweiser. Drücken Sie Kuh. Okay. Ah, hier. Der Lerbtaste. Der muss ja zweimal drücken. Ah, okay. Ich muss mich ja erstmal mit der Steuerung noch vertraut machen. Und der Bogen. Unter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Oh, bring ihn in die Ruinen. Wirst du gemacht jetzt, ja. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch genau. Okay, das ist deine Scheu. Das Gebiet untersuchen, okay. Okay, takedown. Zack. Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbarter. Ich hab hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. Schlaf gut. Okay. Okay, die haben halt den Eingang gefunden. Jonah. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Okay, cool. Können wir nützliche Objekte hervorheben. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Oh, Federn. Oh, Federn. Da ist noch was. Okay. Hier. Gibt's hier irgendwie so eine Reibemission. Fahrt des Sterns. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Gibt's hier irgendwie vielleicht Skin oder so? So. Jetzt werden wir bestimmt wahrscheinlich noch lernen. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Okay, da hinten ist noch irgendwie ein Busch, den wir... Ich will die aber da hinten nochmal plündern. Vielleicht hat er ja noch was Nettes dabei. Oh. Sechs Patronen. So. Hier war ja noch irgendwo Busch, ne? Ich sollte die Ruinen überprüfen. Ja, ja. Machen wir gleich. Alles Gute, Lerner. Okay. Zum Heilen. Ist das was? Heilblätter oder so? Samen aus den rotfarbigen... Rotfarbigen Strauffrüchten wird zum Heilen verwendet. Okay. Ich will mich hier halt mal noch ein bisschen umgucken. Bergungsgut. Benutzen Sie Bergungsgut um zerstörerische Handobjekte? Ja, so schnell kann ja kein Mensch lesen. Ah, okay. Zucke... Oh. Wir haben sogar Wum dabei. Sturmgewehr. Ist ja krass. Ich bleibe natürlich erstmal am Bogen. Na beim Bogen. Zack. Doppelsprung und hoch. Boah, geile Aussicht. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chel, die Göttin des Vollmonds. Oh. Und das ist Chuck-Chel, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck Norris. Chuck-Chel. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ich kenne diese Figur. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ich muss da runter. Ich muss da runter. A-Taste um zu springen. Und E um Halt an... Ach ja, stimmt. Das ist aber okay. Okay. Dann runter. Abseilen drücken sie. Okay. Das müsste gehen. Okay. Und jetzt rechts. Oder einfach weh. Loslassen beim Abseilen. Mit dem Boden jetzt sicher zu landen. Cool. Oh shit. Oh fuck. Oh wow. Die erste Kletterpassage. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez einträgt, gehen wir zusammen rein. Okay. Wo geht's denn hier lang? Geht's hier irgendwo hoch? Oder muss ich mich hier abseilen? Ich muss mich wahrscheinlich dann hier abseilen, ne? Ah. Ich muss da rüber. Ich verstehe. Okay. Linke hier. Linke Masse. Und. Jeehuu. Weiter geht's. Hä? Oh oooh. Frosse Schlerer. Das war knapp. Gibt's hier noch irgendwo was? Ne, hier scheint es nichts mehr zu geben. So, okay, dann super. Und. Okay. Runter oder hoch? Das ist die Frage. Okay, hier geht's mir weiter. Haben wir schon Stahl an. Und hoch. Boah, ein Totenkopf. Boah, sieht das geil aus. Ich spiele natürlich in Ultrakam. In Ultrakam. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Okay. Hier lang? Oder hier? Ich denke mal hier lang, ne? Okay, hier können wir uns dann wieder loslassen. Okay, jetzt nach unten. Und jetzt? Okay, hier können wir abseilen. Oh, shit. Vorsicht, Lara. Was? Drücken sie A und D und sie von der Rückwärts entlang ihrer Wand zu werden. Sammeln sie genug schon um. Okay. Wow, das war echt knapp. Okay, lass mal noch los. Lettern ist eigentlich relativ gut gemacht. Okay, ich glaube hier müssen wir uns dann wieder abseilen. Genau. Halten sie linke Maus dazu, schwingen sie hin und her. Okay. Okay, mit Lettern sind wir uns dann natürlich. Und? Geronimo! Boah, das war knapp. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Dickröhrlinge, Pilze mit brauner Kampel und dicken Stamm verbessert die Ausdauer. Okay, wie können wir das jetzt hier nehmen? Okay, damit können wir irgendwie... Das ist ja eh noch alles vorgeblänkelt. Ich höre, das Craften werden wir auch alles noch lernen. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Boah, cool. Sieht schon geil aus. Okay, dann müssen wir mal schwimmen. Hallo? Kannst du nicht da hoch? Ratten. So. Was ist das? Oh. Federn, nice. Untersuchend die Wandgemäle, um ihre alten Dialekte zu verbessern. Machen wir doch vielleicht mal. Elf Prozent, okay. Herz der Schlange. Darstellung einer Reise der Maya. Können wir auch was untersuchen? Die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Schade. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwo was? Das Kuh machen. Dauert immer, bis man da mit der Kuh drücken kann. Muss wohl aufladen. Ziehen Sie mit der Linkermassers und schießen die Pfeile mit Zeilen gewickelt. Oh, ja, ja. Oh, okay. Oh, okay. Benzin. Da, komm. Okay, also auf der linken Seite können wir dann Pfeile craften. Alles klar. Ach du. Ach du Scheiße. Wir drücken Sie C um hinter Hindernissen durchzudringen. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Ratten. Hier sind bestimmt auch bald Männer von Trinity. Was ist das hier? Das frage ich mich auch. Gut, liebe Lara. Okay. Pilze nehmen wir natürlich mit. Wie gesagt, ich werde mich jetzt mal öfter umschauen. Da haben wir noch was. Danke. Da sind noch Pilze. Da unten im Wasser. Juhu. Okay, so kann man also tauchen. Da unten ist noch eine Pflanze. So, und hoch. Hoch, Lara. Die ist echt eine gute Schwimmerin. So. Was ist hier? Okay, jetzt nichts. Okay, wir müssen wahrscheinlich eh da unten durchtauchen. Dann mal ab dafür. Was ist das? Oh. Einen komplexen Schnitzerei mit verzirter Holzschale. Nice. Oh, oh. Das nehmen wir noch mit. Wir müssen uns beeilen. Sonst geht ja die Luft aus. Hey, jetzt bin ich ja schon wieder da. Bin einmal im Kreis geschwommen, okay. Dann müssen wir uns schnell starr lang. Oder? Erstmal auftauchen. Da unten müssen wir lang. Hier vielleicht. Erst da rein. Das können wir auf jeden Fall noch blündern. Da ist noch eine Kiste. Die können wir aber nicht aufmachen. So. So. Okay, wir müssen echt da durchtauchen. Dann haben wir vorhin eben den falschen Weg genommen. Gucken, ob es hier irgendwie noch einen anderen Weg gibt. Hallo. Ah, da müssen wir jetzt ja durch. Oh, shit. Was war denn das für ein blödes Vieh? Wie kommen wir da durch? Okay. Wir tauchen einfach mal. Ih, was ist denn das für ein Aal oder so? Erstmal Luft holen. Und weiter geht's. Ah, das waren die durchblasen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt auch ein anderes. So. Okay, hier können wir. Oh! What the fuck? Oh, shit. Schnell weg hier. Scheiß Viecher. Oh, jetzt muss man hier sogar noch klettern im Wasser. Okay. Oh, shit. Na, toll. Zum Glück ist Lara schlank genug. Dass sie da durchpasst. Oh, shit. Hey, komm. Komm schon, Lara. Hier geht fast die Luft aus. Boah, das war echt knapp. Holy shit. Das war echt knapp. Da wäre ja fast der Luft ausgegangen. Der Luft aus. Ja, ja, die Luft natürlich. Okay. Da haben wir wieder was zu plündern. Nein. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Okay, was ist das? Fehlende Ausrüstung. Das ist ja versteckte Messer auf oder nicht? Okay. Okay. Und wie kann man das herstellen? Ah, okay. Was ist denn hier lang? Basislager oder so wäre jetzt mal nicht schlecht, dass wir mal upgraden können. Oh, what? Ups. Okay. Na, die haben mich getrolt. Ich wollte eigentlich das aufgeben, was da auf dem Boden liegt. Kann man das irgendwie kaputt machen? Hä? Okay, verstehe. Aber wie kann sie denn in die Hocke gehen? So läuft es hier nur. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz eben gucken, wie sie... Ähm... Kleinen Moment. Entschuldigung. Nein. Hier. Wie kann man denn in die Hocke gehen? Nachladen. Nächste Woche. Pause. C-Rollen. Okay, sie kann wohl nicht in die Hocke gehen. Gibt es hier noch irgendwas? Okay dann. Tschö, Kondimo! Oh, wow. Boah, das sieht richtig geil aus. Zur Spitze der Pyramide gelangen. What the... Was zum... Ich merke's. Alles bebt schon. Okay. Da müssen wir... Ich gehe auf zur Spitze. Spielen wir erstmal da drüber, würde ich sagen. Okay, jetzt wird der hochgezogen. Dann können wir vielleicht da ran spüren. Nice. So. Dann da ran. Und hoch. Okay, der wird jetzt also hochgezogen. Okay. Das hat ja super geklappt. Hartholz. Benutzen Sie Hartholz, um geräuschlose Pfeile herzustellen. Und für Waffenupgrades im Basislager. Okay. Unsere Waffen haben wir immer noch. Okay. Da haben wir auch. Aha. Gut. Es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Das werden wir schon schaffen. Kein Problem, Laura. So. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Ah ja, ich kann mir schon vorstellen, wie. Bestimmt jetzt durchschieben oder so. Geht das so? Tschüss. So. Und jetzt? Hm. Dann die vielleicht, ne? Oh. Oh, das war echt knapp. Oh shit. So, das war es mit der zweiten Folge Shadow of the Tomb Raider. Wir haben also eine Pyramide entdeckt, die unterirdisch in irgendeiner Höhle ist. Das Problem ist, Trinity ist uns mal wieder auf den Fersen. Wenn es irgendwo was zu holen gibt, sind die Typen nicht weit weg. Das heißt, wir müssen uns also beeilen. Was uns in der Pyramide erwarten, was uns in der Pyramide erwartet, keine Ahnung, vielleicht irgendeinen Schatz oder so. Keine Ahnung oder irgendwas von den Mayern. Da ist ja Laura auf der Suche danach. Auf jeden Fall ist Trinity nicht weit und wir müssen uns echt beeilen. Und wie es weiter geht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl.